Über die Struktur von wissenschaftlichen Texten zu reden, scheint vielleicht etwas seltsam, weil es so viele verschiedene Textsorten gibt. Das mag zwar stimmen, dass jede Textsorte so ihre Besonderheiten hat, aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten was Struktur und Aufbau betrifft. So sind die meisten wissenschaftlichen Texte dreigeteilt, nämlich sie haben eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schlussteil. Wie lange diese einzelnen Textteile sind und wie lange der Text insgesamt ist, das hängt dann natürlich von der Textsorte ab. Aber die Funktionen, die diese drei Textteile Einleitung, Hauptteil und Schluss übernehmen, sind in den meisten Textsorten dieselben. Schauen wir uns das einmal genauer an. Die Einleitung führt in den Text ein und strukturiert. Sie sollten in der Einleitung in das Thema einführen, Sie sollten Ihre Fragestellung und Ihre Zielsetzung vorstellen, Sie können auch Ihr methodisches Vorgehen darstellen und vielleicht sogar auf den Aufbau Ihres Textes verweisen. Gerade bei Seminararbeiten, wie ist das oft der Fall. Sie schreiben also, worüber Sie später im Hauptteil schreiben werden. Im Hauptteil bearbeiten Sie systematisch Ihre Fragestellung. Also tun Sie das, wovon Sie in der Einleitung gesprochen haben, dass Sie es tun werden. Also Sie analysieren, Sie beschreiben, Sie interpretieren, Sie argumentieren, Sie diskutieren und Sie schlussfolgern. Der Hauptteil ist der längste dieser drei Teile und ist meistens in sich auch noch gegliedert. Mögliche Gliederungskriterien für den Hauptteil sind beispielsweise, dass Sie historisch-chronologisch vorgehen. Sie können aber auch zum Beispiel zuerst die theoretischen Teile erörtern und dann die empirischen Teile der Arbeit oder Sie stellen ein Problem dar und führen dann zu einer Lösung hin. Welche Art dieser Gliederung die richtige ist für Ihre Arbeit, hängt von vielen Faktoren ab. Erstens vom Thema Ihrer Arbeit, natürlich auch von der Textsorte oder auch von dem Ziel, das Sie mit dieser Arbeit verfolgen. Kann natürlich auch sein, dass es bestimmte Geflogenheiten in Ihrem Institut gibt oder dass Sie einfach Ihre Vorlieben haben, wie Sie den Hauptteil gerne gliedern. Der Schlussteil schließlich ordnet das Geschriebene ein. Sie fassen hier zusammen, Sie kommentieren, Sie zeigen vielleicht auch Perspektiven auf. Also mit anderen Worten, Sie schreiben, worüber Sie geschrieben haben im Hauptteil. Sie sehen also, jeder Gedanke kommt in wissenschaftlichen Texten mindestens dreimal vor. Einmal in der Einleitung, einmal im Hauptteil und einmal im Schluss. Achten Sie darauf, dass Sie im Schluss keine neuen Gedanken einführen. Sie können natürlich, falls Ihnen beim Schreiben des Schlussteils noch etwas Neues einfällt, dies auch einbringen, aber achten Sie darauf, dass Sie es dann auch in den Hauptteil und in die Einleitung übernehmen. Und Sie werden sich schon denken, da habe ich ja das Gefühl, dass ich mich dann die ganze Zeit wiederhole. Das stimmt schon und das ist aber total normal und auch so gewollt. Wissenschaftliche Texte sollen Lesenden schließlich durch ein sehr kompliziertes Thema vielleicht einmal führen und da ist es notwendig, damit die Leser und Leserinnen sie auch verstehen, dass sie sich immer öfter wiederholen. Ein wichtiges Instrument, um Ihre Leser und Leserinnen durch den Text zu führen, ist der rote Faden. Wie machen Sie das, dass Sie den roten Faden in Ihrem Text beibehalten? Nun, Sie können beispielsweise immer wieder auf Ihre Fragestellung verweisen. Sie sollten mindestens einmal in jedem größeren Abschnitt, also einmal in Einleitung, Hauptteil und Schluss, kurz darlegen, worum es in der Arbeit eigentlich geht und was Sie damit erreichen wollen. Sie können beispielsweise auch am Ende eines jeden Textabschnitts kurz darlegen, was dieser Textabschnitt zur Beantwortung Ihrer Frage beigetragen hat. So strukturieren Sie Ihren Text und die Leser und Leserinnen gehen Ihnen in dem Text nicht verloren. Lesen Sie doch einmal wissenschaftliche Texte und beobachten Sie oder versuchen Sie herauszulesen, wie in diesen Texten der rote Faden eingearbeitet und weitergesponnen wird. Vielleicht können Sie sich ja etwas abschauen.